Aktuell sehen wir doch wieder recht deutlichen Verkaufsdruck an den Märkten und wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, die Börse fällt, was soll ich jetzt tun? Dann müssen wir genau daran anfangen zu arbeiten. Denn diese Frage, die muss im Vorfeld geklärt werden. Bevor man ein Investment tätigt, muss man sich einen Plan zurechtlegen, was man wann macht. Also, an welchen Punkten steigt man aus, nimmt Gewinne mit oder an welchen Punkten zieht man einen Stop-Loss nach? An welchen Punkten steigt man im schlechtesten Fall wieder aus? Und diese Frage, die muss man vor dem eigentlichen Investment klären. Und es gibt ja verschiedene Ansätze, was man an der Börse machen will. Man kann langfristig ausgerichtet sein, man kann kurzfristig ausgerichtet sein. Gerade im kurzfristigen Bereich ist es sehr, sehr wichtig, einen sehr genauen Plan davon zu haben, was man nun als nächstes machen muss. Und wenn man langfristig engagiert ist, da kann es jetzt natürlich sein, dass die Börse etwas runterkommt. Ich sage ja immer, es ist nicht an der Zeit, ein langfristiges Portfolio, ein langfristiges Depot aufzubauen. Wenn die Märkte steigen, wenn die Märkte an einem Hoch sind, dann agieren wir eher kurzfristig. Und wenn wir langfristig investieren wollen, dann warten wir darauf, dass die Märkte fallen. So, und jetzt haben wir möglicherweise... Die US-Märkte sind ja noch nicht wirklich weit von ihrem Allzeithoch entfernt. Und wir können jetzt nicht sagen, naja, jetzt kommt der nächste Crash oder so, um Gottes Willen. Wir werden gleich mal im Video uns anschauen, wo die nächsten Unterstützungen sind. Und vielleicht ergeben sich daraus ja schon wieder mögliche langfristige Einstiegsniveaus. Denn wir kaufen langfristige Positionen, wenn die Märkte fallen. Und das dann nach Möglichkeit, zum Beispiel bei einem 25% Kursrutsch oder an charttechnisch markanten Marken. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, was die Charttechnik sagt. Und deswegen Kameraaus- und Charttechnik langfristige Gefahreneinstiegspunkte an. In meinem letzten Video hatte ich von dieser leicht steigenden Unterstützungslinie gesprochen. Beziehungsweise zuletzt auch immer gesagt, Ausbruch nach oben über dieses 13.800 alte markante Allzeithoch. Der ist im Grunde nicht geglückt. Wir haben hier nur so keinen Kaufdruck gesehen. Und jetzt haben auch die Käufer wirklich den letzten 11 Meter verschossen. Und wir bewegen uns relativ deutlich abwärts. Und jetzt gucken wir mal im DAX, wo sind denn hier die nächsten Unterstützungen? Und da haben wir ein ganz markantes Niveau, Verlaufstiefs vom Dezember und November. Da hatten wir im Bereich 12.900 bis 13.030 Verlaufstiefs, Verlaufstiefs, Verlaufstiefs ausgebildet. Hier erwarte ich auf jeden Fall eine Reaktion nach oben. Das ist natürlich jetzt noch keine wirklich großartige Korrektur, aber dort könnte sich der DAX tatsächlich schon wieder ein Stück weit zumindest stabilisieren und im Bereich Swing Trading hier eine handelbare Gegenreaktion nach oben erzeugen. Gehen wir mal weiter im Text und schauen uns am besten mal den Tagesschart an, um hier so ein bisschen deutlicher ausmachen zu können, wo denn die nächste Reise hingehen könnte. Denn das wirklich markanteste Niveau, was wir so sehen hier, dieses November-Tief bzw. Oktober-November-Tief, Anfang November, das haben wir im Bereich 11.250 bis 11.400 Punkte. Und wenn wir ein bisschen nach links zurückblicken, hatten wir dieses Niveau auch immer wieder angelaufen. Gap, Widerstand, Unterstützung. Also ein Rücksetzer auf dieses Niveau, das wäre durchaus schon wieder ein Punkt, wo ich sage, na, da könnte man eine langfristige Position, zumindest eine erste langfristige Position hier wieder aufbauen. Und das ist auch so ein Niveau, im Grunde ist da ja noch nicht wirklich viel passiert. Da können wir nicht von einem Crash sprechen, aber das wäre ein Niveau, wo ich sage, da ist doch diese überkaufte Situation erst einmal ein Stück weit abgearbeitet. Hält sich jetzt der DAX im Bereich oder über der 12.900-Punkte-Marke, also anlaufen und dann vielleicht schon wieder relativ weit nach oben, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir in Richtung 11.250 laufen. Dann bilden wir tendenziell erst mal ein bisschen Korrektur auf hohem Niveau, um dann später eher nach oben weiter auszubrechen. Schauen wir uns den S&P 500 an. Und hier auch zuerst einmal auf Tagesbasis. Wir sind ja weit gelaufen, von 2.200 auf 3.860 Punkte nach oben. Das bedarf natürlich mal einer Korrektur. Wo sind hier die markanten Marken? 3.5, 3.6 ist so ein markantes Niveau und später im Bereich 3.200. Und auch hier, wenn man so sagt, naja, ich kaufe langfristige Positionen in einem Kursrücksetzer und Kursrücksetzer meine ich jetzt nicht, wenn es mal irgendwie 1% nach unten geht, sondern wenn man schon mal was Deutliches sieht, mal irgendwie sowas im Bereich 20, 25%. So, dort kann man eine erste Position aufbauen. Und wenn wir vom Hoch rechnen, 3.860 hatten wir ungefähr im Hoch in Richtung 3.200, dann sind wir so bei 17% Minus, plus diese markante Unterstützung. Das ist für mich ein Niveau, wo ich langfristig einsteige. Und mit einem Rücksetzer in diese Richtung, also 500 Punkte grob, Damit muss man durchaus jederzeit mal rechnen. Wir sind ja auch entsprechend ordentlich hochgelaufen. Und jetzt müssen wir uns fragen, müssen wir denn überhaupt in Richtung 3.200 laufen? Nein, müssen wir natürlich nicht. Denn wir haben ja gerade schon gesehen, der Markt ist stark. Und häufig läuft so eine Überreaktion ja deutlich weiter, als wir uns das vorstellen können. Deswegen würde ich jetzt auch nicht hier wieder den großen Crash herbeisehnen, herbeisagen, sondern wir müssen schauen, wie sich die weitere Bewegung nach unten entwickelt. Denn da haben wir zuletzt ja immer mal wieder so recht deutliche Abverkäufe gesehen. Bam, schon wieder ein neues Hoch. Deutliche Abverkauf, Angst, bam, neue Hochs. Und jetzt, wenn wir gucken, im Bereich 3.580 bis 3.600 und 3.500 bis 3.520 Punkten befinden sich mittelfristig interessante Niveaus, von wo aus der Markt schon wieder stoppen kann. Und das sind dann wieder so Swing Trading Niveaus, von denen aus eine Reaktion nach oben erfolgen könnte. Und da müssen wir einfach schauen, erreichen wir die 3.2 nicht? Kann ich keine langfristige Position aufbauen? Erreichen wir sie? Kaufe ich langfristig? Erreichen wir nur diese Marken und ich bin kurzfristig ausgerichtet? Dann schaue ich, was dort passiert. Sehen wir wieder so Schatten unten zum Beispiel? Oder ich lege einfach ein Kauflimit rein und vertraue darauf, dass wir hier eine deutliche Bewegung nach oben sehen. Schauen wir uns als nächstes den Technologie-Index an, Nasdaq 100. Und hier sind wir zuletzt ja so schleppend nach oben gelaufen. Wir haben die erste Unterstützung im Bereich 12.100 bis 12.500 Punkte. Hier kann es zu einer Swing Trading Gegenreaktion kommen. Langfristige Positionen würde ich wieder im Bereich 11.640 bis 11.000 Punkte eingehen. Und da wären wir vom letzten Verlaufs hoch dann auch wieder im Bereich einer 20-prozentigen Korrektur. Und das ist ein erstes Einstiegsniveau für mich, um hier wieder eine langfristige Position aufzubauen. Erstes Einstiegsniveau heißt, ich halte auch weiteres Pulver trocken, um möglicherweise noch mal größere, tiefere Rücksetzer hier zu sehen. Wagen wir noch einen schnellen Blick nach Asien. Da gucken wir uns zuerst mal den Nikkei an. Den habe ich allerdings nur als CFD. Und hier hatten wir zuletzt einen ganz wichtigen Widerstand im Bereich 24.000 Punkte überschritten. Im gleichen Atemzug hier im Bereich 26.500 bis 27.000 einen weiteren alten Widerstand überschritten. So, ich habe mal hier das Fibonacci-Tool angesetzt. Wir sehen 38% Retracement. Hätten wir aktuell im Bereich des Ausbruchsniveaus. Und das wäre dann auch noch mal ein schönes Einstiegsniveau. Wenn wir uns den CSI 300 anschauen, dann sehen wir, dass wir uns hier zuletzt den 2007, 2008er Hochs im Bereich 5.8 angenähert haben. Wir hatten das 2500er hier diesen Spike nach oben überschritten. Und ja, hier wird es ein bisschen schwierig. Dieses erste Niveau, erster Widerstand sollte zur Unterstützung werden. Das wäre aber schon wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und sollte sich der chinesische Index hier drüber halten, dann wäre das ein sehr starkes Zeichen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Deswegen auch hier mal das Fibonacci-Tool angesetzt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, na, wo könnte denn so ein Niveau enden? Also rein statistisch gesehen und häufig am 38% Retrace. Und das ist auch ein Unterstützungsniveau, hatten wir hier aus dem Jahr 2020. Verlaufshoch, Verlaufshoch. Wurde zur Unterstützung und damit so im Bereich 4.800 Punkte könnte sich der CSI dann schon wieder fangen. Gucken wir uns noch den Sensex an. Und in Indien mag ich insgesamt Interess, sehr interessanter Markt. Auch hier sehr heftige Aufwärtsbewegung zuletzt gesehen. Und auch hier mal gerade das Fibonacci-Tool angesetzt. 38% Retracement liegt hier im Bereich der alten Verlaufshochs. Also insgesamt so ein bisschen Klumpenbildung tatsächlich im Bereich des 38% Retracements und knapp über dem 61,8er. Bewegungsschub, Korrekturschub hier, das ist langfristig schon mal wieder interessantes Niveau, um ein bisschen was einzuladen. Und dann, ja, Tendenz weiter aufwärts. Insgesamt müssen wir uns also gar nicht jetzt groß in die Hose machen, wenn der Markt mal fällt. Wichtig ist einfach, dass man sich einen Plan zurechtlegt, was man wann wo macht. Und wenn man das bislang nicht gemacht hat, dann sollte man das auf jeden Fall in der Zukunft machen. Deswegen beherzt es und schaut euch die Märkte an. Jede Marktphase bietet eine Chance, langfristig eben entsprechend weniger häufig als kurzfristige Swing-Trading-Ideen. Und da noch als kleinen Gedankenanstoß könnte man das ja auch so machen, wenn man ein langfristiges Depot fährt, dass man vielleicht auch im Bereich Swing-Trading so ein bisschen was macht. Und wenn die Märkte wie zuletzt, was haben wir da an Warnzeichen gesehen? Der S&P ist nicht mehr so richtig nach oben gelaufen. Kein Kaufdruck mehr. Der DAX hing an seinem alten Allzeithoch fest, ist da auch nicht drüber gelaufen. Das waren die ersten Warnzeichen. Und dann kommen noch so Geschichten hier wie Reddit-Community treibt irgendwelche Aktien nach oben. Und da nimmt die Spekulation wieder solche Auswüchse an, wo ich sage, boah, das ist ja wie der Bild-Zeitung oder dieser Klatschblatt-Index, wo dann irgendwo steht, jetzt müssen wir alle Aktien kaufen. Und dann ist genau die Zeit gekommen, wenn eigentlich die letzten die heiße Kartoffel in die Hand nehmen. Jetzt muss oder der Markt muss gar nicht arg weit korrigieren. Wir haben ja zuletzt schon einen Crash gesehen, den Corona-Crash, der sehr heftig ausgefallen ist. Natürlich kann es auch wieder sein, dass es erneut zu einer deutlichen Abwärtsbewegung kommt. Das muss aber nicht sein. Und wir müssen uns da einfach einstellen, uns einen Plan machen und sagen, okay, wenn ich jetzt langfristig investieren will, gucke ich einfach, ich sage mal zum Beispiel 25 Prozent, erster Einstieg, 35 Prozent, kaufe ich nochmal was, 50 Prozent Korrektur, kaufe ich nochmal was und so eine mögliche Art und Weise, wie man sich hier ein langfristiges Depot befüllt. Und dazwischen machen wir ein rollierendes Swing-Trading-System und gucken da, dass wir sowohl im Bereich fallender Kurse ein bisschen was verdienen können, dass wir im Bereich steigender Kurse was verdienen können. Da sind wir dann schnell und wendig und können dadurch auch so ein Stück weit dann, wenn das langfristige Depot fällt, dass wir das dadurch so ein Stück weit abfedern können. Und jetzt würde ich sagen, gebt dem Video noch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr Swing-Trading lernen wollt, wenn ihr Risikokapital im Bereich 50.000 Euro plus habt, dann schreibt mir und wir sprechen mal drüber, wie wir sowas umsetzen können.